Hi! Hallo! Herzlich Willkommen bei Ritschi 65. Das ist Jibi und Ritschi. Wir wollten uns bloß melden. Ihr hört nichts von uns, weil wir gerade für euch arbeiten. Wir sind auf einem Zwei-Wochen-Trip durch Deutschland und deswegen nur dieser kurze Teaser. Wir sind im Moment auf der Insel Fehmarn und werden so uns dann wieder über Aachen die Mosel wieder Richtung Süden bewegen und das Ganze kommt dann halt nach Pfingsten auf Video. Deswegen nur dieser kleine Teaser, wir haben euch nicht vergessen. Wir melden uns wieder. Bis bald! Ciao!